Er startet Senioren, aber Sie sehen, er ist Top Ten in der Welt, auch gleich noch. Jawoll, da kommt er, Patrick Schindle, Jahrgang 1980, bei Männern darf man das ja mal sagen, ne? Und sein Vorsprung auf Boris Schreiber sind 50 Hundertstel. Die stieg und bewegt die Beine unglaublich schnell. Oh, neuer Bestball, 1-0-1!